hallo und herzlich willkommen hier hier in elgar und wir kaufen bei der sinagebahn diesmal gibt es im skirhandel der preis ist sogar gestiegen und würden mal sehen dass wir ein bisschen verdienen haben wir das sind noch die eigene wga verdient auch gutes geld ja das laub ist wieder eingefärbt das gras kriegst du auch schon wieder schöne runde ballen in echt sieht es ja nicht so aus wir hatten früher keine runden ballen silageballen schon gar nicht war alles in großer form wird ja alles verliert sogar rübenblatt haben sie vorher irgendwie abgeerntet um die rübenblatt zu ernten haben wir nicht wie alles wurde gemacht der hat sich eine versorgt überwiegend die ernährung der menschen war halt richtiger als in natur das brückau war mal gewesen wenn wir abhängig waren die kaffee und so nicht da gab es ja auch immer noch durchgeteilt habe auch besuchen mit japan das die kaffee die das sind geklappt hätte eine frage Ja, wir hatten auch alles gehabt, industriemäßig. Wenn du was, meinst du, knapp war, waren die Ressourcen. Ja, zum Beispiel. Ja, ein Land ohne Rohstoffe ist vielleicht ein Rande. Jetzt aus. Super. Alles ohne Fehler. Fehler. Neuer Timing, du. Großer Zug. Den muss ich erst hochmieten, sonst ist es teuer. Die ist ein bisschen eng zum Fahren. Ausfahren vor dem. Die Ecke. Hamstag, schön Hamstag. Wahnsinn. Regen. Hamstag. Na, da haben wir die Chance, dass im Delt die Karte kommt, die Turing. Keiner weiß, was genau ist. Eingereicht. Wattab. Das waren einfach nur Standardfrüchte. Das ist einmal. Aber das soll nicht weiter stören. Wir haben mit Standardfrüchten auch recht viel zu tun. Wenn wir alles ein bisschen mehr so nutzen, was benötigt ist. Weiner Mais, Zillage, Mais. Maiszilage. Ja. Ja. Graszilage. Also das halt. Da haben wir sicherlich genug zu tun. Da haben wir Felder kaufen. Drucken. Hofbereich. Kühe. Und dann mal schauen, wie es da aussieht. Mit Morgereien. Da vorhanden ist. Und wie das Ganze dann ja auch gebaut ist. Produktion technisch. Ich kann hier vorne schon mal die Wallen einsammeln. Die sind ja auch. Sollten auch gut sein. Ach, alles Gras schön gewachsen. Das ist hier Originalgras. Ist aber nicht mehr gedüngt worden. So, was haben wir hier Schönes? Tatsächlich nur noch 7 Prozent. Ist noch nicht so weit. Da oben? Die andere? Was waren die? Was ist die Lage? Okay. Aber wir müssen weit fahren, ne? Guter Ackergras. Ich hatte das im Kopf. Da war Ackergras. Das war ein bisschen, äh, ja, ausbauffähig, ne? Aber der Ansatz war gut. Die hätten vielleicht für Reins im DLZ-Bereich was machen können. So wie jetzt viele, einige meist Plus Sachen gemacht wurden. Das hätten die da gut machen können. Das hat sicherlich auch, äh, entsprechend, auf Basis von LS, was wir bis rausbekommen, ne? Das ist doch eher machbar wie das ganze System, ne? Weil das Prinzip, äh, da sie nur eine Karte hatten, jetzt soll es ja eine zweite gehen. Umgebaut wurde. Äh, aber wie gesagt, wenn du eine neue Karte hast anfangs, also, Ende wird es ja langweilig, ne? Weil die Karten sind ja total entscheidend. Also ganz wichtig. Nicht wegen Produktion und so, sondern einfach wegen Ablässlung, ja, ne? Gerade im Märklerbereich, was da auch gefehlt hat. Wir haben zwar das entwickelt gehabt, oder angefangen mit Entwicklung, aber wie gesagt, äh, der Basis wird es gehen, ne? Also über das und dann das gleiche System reinbringen. Wie frichtig Seasons, ne? Weil auch mit, mit Boden und so, ne? Und Fortpflanzung und Milch geben. Aber die wollten ja was eigenes machen, denke ich mal. Ja, das wird es eher gewesen sein. Oder sie waren sich im Gnadsch mit dem Moment. Das könnte auch sein. Kann ja auch. Das muss ich auch nicht. Über den Gang hat. Also keine Ahnung. Der Prinzip. Wer. Wer. Einen eigenen Kopf hat oder so. Keine Ahnung. Ich weiß noch nichts. Aber wie gesagt. Es gibt viele Momente, wo man noch nicht klarkommt. Da habe ich mal gehört, dass das Team, äh, ist halt so, hat die praktisch 30 Prozent einbehalten. Da habe ich mal gehört. Also machen wir YouTube-Video. Das stimmt, weiß ich nicht. Der Spielpreis ist heftig. 30 Prozent ist hier. Da bin ich mit dem Team zufrieden. Also immer Updates. Komm rein. Spiel installieren. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Du lädst runter. Wenn du haben möchtest, kannst du auch gehen installieren. Das sind keine Schwierigkeiten. Das ist halt. Ganz kurz die Lage rein speisen. Mit der anderen. Mit den Ballen rein werfen. Das gefällt mir so nicht. Das sind alle. Tatsächlich. Was hier passiert. Der Anhänger finde ich gut. Ich gucke schon rein. Mist auf 16.000 muss zur nächsten Runde um 10 Uhr damit ich hier arbeiten kann die Kölz die Kölz Wie ist Ton so? Ist er soweit ok? Hast du dich nicht verändert? Könnte ja sein, dass man plötzlich ein Update von irgendeinem Programm, von Windows oder von einem Soundtimer und schon hast du dann eine Einstellung. Das war, also Elengrat ist für nächste Woche. Amstag glaube ich jetzt, Amstag. Erster Advent, ich glaube ich bekomme, ne? Ich glaube der ist die Woche schon bei mir, also morgen. Ich glaube der muss schon morgen. Ich muss zwei sein, ich bin ein schöner Advent schon morgen. Das ist mal allgemein, ne? Kommt also Saison durcheinander mit Weihnachten und so. Oder es ist feige. Ich glaube heute nachdem mal heizen. Oder morgen kommen wir da. Einklappen lassen. Dann wollen wir die Heizung durchlaufen lassen am Tage. Nachts brauchen wir ja nicht. Obwohl die Heizung auch ewig lange bist du überhaupt. Ob er spürt, ne? In der Sicht. Aber den Gaspreis da sind doch ganz schön, äh, naja. Das schreckt mich doch ein bisschen ab. Weil ich befürchte, da werden die Nachteilungen im nächsten Jahr oder dieses Jahr. Ja, dieses Jahr abgelesen wird ja am Ende des Jahres. Dezember, äh, Silvester normalerweise. Neujahr. Ich weiß nicht, ob der neue Taylor das automatisch macht. Oder ich, manuell, ich muss tanken fahren. Junge, tanken fahren. Ja, das wird noch gehen. Und dann, im nächsten Jahr wird dann ganz gefährlich. Übernächstes Jahr. Da muss ich aufpassen. Ich hab schon letztes Jahr eingespart, äh, ein bisschen. Und so, guck, dass ich manuell heizen nicht automatisch. Wenn man den Eindruck hat, dass er automatisch, äh, viel verpufft, ohne dass er überhaupt was bringt. Aber das hier ist ja, äh, noch blöder. Wo die Preise noch den Mecher sind, ne? Discord ist aktiv. Ja, Discord, bots, da darf ich ja keine Ahnung von. Also da, wie gesagt, alles muss kostenlos sein, weil ich ja kein Geld verdiene. Und auch nicht vorhabe, hier Geld zu verdienen. Ähm, einer anbietet hier, dass ich im Monat hier 78 Euro bekommen kann. Äh, Raumpreise. Äh, dann würde ich es auch, äh, nicht abschlagen. Aber, sagen wir mal so, so zwei, drei Euro im Monat. Äh, nö. Ist jetzt mal nicht vorgesehen. Das muss ja auch steuerlich geklärt sein, ne? Ja, Steuern zahlen kann wie in drei Euro, da ich auch einen biokratischen Grab machen muss. Also das ist halt von mir in Supergirl. Da hätte ich ja auch keine Bock drauf. Das wäre schon schön, wenn man sagen könnte, oh, die Hardware hat die kostet so und so viel. Ne? Absätze von der Steuer. Ja, das wäre, das wäre schon nicht schlecht. Äh, wie gesagt, das ist, ob das da so funktioniert, wie ich da so denke, da glaube ich eher nicht. Weil die Hardware kostet schon ein bisschen was, aber wie gesagt, das ist, wenn ich dann keine Lohnsteuer zahlen müsste, für meinen Lohn vor allen Dingen, dann wäre natürlich, äh, dann wäre es sofort, äh, naja, nicht perfekt, aber halt, äh, super, ne? Wenn man so, wenn man Spaß hat, dann auch von der Steuer absetzen kann, ist ja schon schön. Aber ich denke, es wird nur das gehen, wenn man auch verdienen würde, ne? Von der Steuerzahlen müsste, die man jetzt, äh, wo ich sich hier einnehmen würde. Also wäre ja nicht so viel. Ne, ich mache. Also hoch. So hohe Einnahmen erwarte ich hier nicht. Also, wenn sie überhaupt, äh, das wird sich gar nicht lohnt. Also überhaupt anzufangen. Oh, ich sehe gerade, die Zeit ist rum. Ich sage mal, bedankt fürs Reinschauen. Tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Hier in Elengrad, da fahren wir Taken und, ja, freier Silagen verkaufen. Tschüss. 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 »